Tag, servus, moin und hallo zum Donnergurgler. Hier geht es wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Und heute mal das Beatball ein bisschen nebenbei, denn ich habe in einigen Livestreams beim Dorschen immer montags, beim Wiederaufbau seiner Modulas nebenbei immer mitgeschnitten und dann habe ich noch ein paar Sessions mit Soldier und Admiral auf dem Dorschkort in der Lava-Ecke gehabt und habe irgendwie die Zwischenschritte zu kommentieren vergessen oder euch immer wieder mal den Überblick zu zeigen. Da baue ich jetzt gerade mal, mir war wichtig, dass diese Bachecke da hinten dann schön wird und die Felsen dann auch stimmen und da habe ich relativ viel dran rumgebaut. Schnee musste da natürlich auch noch auf die Wand. Und ihr seht, da ist immer recht viel Chaos, wenn gebaut wird auf der Platte. Und ja, was ihr da gerade seht, sind irgendwie zwei, drei Stunden in ein, zwei Minuten zusammen als Speedbild. Und es ist dann doch immer recht viel Zeit. Weitergemacht habe ich dann eigentlich den Bachverlauf bis zum Wasserfall. Und ihr seht schon, wenn man da mal wieder zurückbauen muss, dann wird es unten auch schnell bunt und nicht mehr weiß. Da ging es darum, dass ich ja lauter so Wedgeplätze als erste Ebene drin hatte und dann konnte ich drunter keine Wassernoppen mehr bauen. Deswegen musste ich da nochmal relativ viel abreißen, um da einen schönen Übergang zu haben. Ging dann, ja, das Problem ist auch immer an diesem großen Tisch, dass man echt oft aufstehen muss zum Bauen. Und es macht schon mehr Spaß einfach so an seinem, oder es ist was anderes als an seinem Sept hinzubauen, an den Kleinen. Sondern da muss man tatsächlich immer wieder aufstehen, Teile suchen, sich drüber bücken, um zu sehen, wie es von der anderen Seite aussieht. Und ja, aber da mit dem Ergebnis da am Bachlauf bin ich jetzt von der einen Seite eigentlich ganz zufrieden. Hier sieht man, dass ich nebenbei auch immer noch ein bisschen chatte und ja, den habe ich jetzt ganz gut hinbekommen. Im Detail kommt es noch, aber ihr seht, dass ich es gebaut habe. Und jetzt muss ich das Video ein bisschen nach rechts schieben, äh nach links, weil jetzt kommt wieder viel Rücken. Und dann geht es nämlich weiter hier im nächsten Schritt, wenn das gebaut ist, dass ich dann versucht habe, diesen Berg rechts zu fixen. Ihr seht da im rechten Bereich ist noch eine ziemliche Lücke. Das habe ich alles in den nächsten Schritten umgebaut, dass das alles stimmt. So, dass ich jetzt eigentlich vom Winkel her, oder ich habe da ja immer noch so eine Plate versatzt zwischen den zwei, ja da bei dem Tunnel. Die linke Seite stimmt jetzt, also hier noch nicht in dem Fall, aber nach den ganzen Schritten stimmt es nur. Da fehlt jetzt praktisch auf der rechten Seite noch irgendwo eine halbe Plate. Da muss ich mal den Tisch vorziehen, dass ich euch das auch von hinten zeige. Dann kann ich da mal versuchen zu finden, wie ich diese halbe Plate löse. Denn ich habe mich dann da ja immer mehr zu diesem Wasserfall hingebaut. Mit dem habe ich dann auch weitergemacht. Und das war viel so ein 1x1 Round Transclear und 1x2, die ich da reinballere. Bin noch nicht wirklich mit dem Ergebnis zufrieden, aber es ist zumindest jetzt mal ein Wasserfall. Im Prinzip ist es für, ja das Wasser ist eigentlich zu blau, wenn man es genau nimmt. Aber irgendwie ein bisschen Kontrast muss ja in dieses Weiß rein. Und ich habe dann glaube ich auch ein bisschen zu viel Transclear und Zeug reingebaut. Das wird man jetzt dann gleich da sehen. Und dann schießt er, nee, ich komme mir vor wie so ein Kommentator, bin ich normal nicht gewohnt. Aber es ist glaube ich besser, wenn ich ein bisschen dazu labere, als wenn ich euch das alles mit dieser tollen Weihnachtsmusik zeige. Ich merke aber eh, dass diese Winterdioramen-Videos jetzt nicht jeder Menschens... Sie haben nicht so viele Klicks, wie wenn ich einfach ein Review zu einem Modular oder irgendwas mache. Aber mir macht es trotzdem Spaß und ich hoffe, dass es ein paar Leuten gefällt, die immer wieder mal reinschneien. Scheine auch immer so die gleiche Größenordnung an Menschen zu sein, die sich es anschauen. Freut mich. Ihr seht, das wären jetzt lauter so 1x1 Türmchen in Round Plates, nicht Bricks, die ich da so hinzimmer. Ja, das zeige ich euch mal in der Detailaufnahme in einem der nächsten Teile, weil zufrieden bin ich da noch nicht. Aber es geht voran. Und hier seht ihr jetzt vorne auch schon, das ist so ein Zwischenschritt gewesen, dass in dem Vordambereich zumindest schon mal die Lücken geschlossen wurden. Das war auch schon das Ende vom Speedbild. Jetzt gehe ich mal, wechsle die Kamera und zeige euch mal, ich habe jede Menge so Kleingedöns gebaut. Das ich euch jetzt auch zeigen muss. Ich habe auch ein Geschenk bekommen. Ich bin es total toll. Der liebe Frank Kammerjäger, würde ich sagen, Frank, hat mir ein schönes Sack geschickt. Das zeige ich euch jetzt gleich. Ich habe ein bisschen so Kleingedöns gebaut, was dann auf die Platte kommt. Ich schalte mal um. So, jetzt in gewohnter Umgebung aus dem Donnergurgler-Ecke oder so. Also, wie erwähnt, der liebe Frank hat mir ganz unvermittelt, ja nicht ganz unvermittelt, er hat mich schon vorher angeschrieben, total lieb. Kammerjäger ist, glaube ich, wenn ich es richtig kommentiert, auch immer wieder mal gerne. Bei mir freut mich total, wenn Leute, es muss nicht sein, aber es ist natürlich schön, wenn man zwischendurch mal Wertschätzung erfährt und sei es durch so ein putziges, schönes Set. Ich habe hier von, ja, im Prinzip ist es ein AliExpress-Mock oder bei AliExpress bin ich da auch schon mal drüber gestoßen. Und zwar, ich schalte mal, ist es ein Mock mit 10 Pinguinen auf einer Kletscherspalte. Wenn ihr es sucht, bei AliExpress mit der SM809A findet ihr das Set. Bei unterschiedlichsten Anbietern, das liegt so irgendwo zwischen 10 und 12 Euro. Es weiß nicht, wie viele Teile es sind. Und, ah, jetzt habe ich die Anleitung nicht hier, weil die ist wirklich so ein kleines Stück Papier. In dem Fall fehlt schon eine Seite, wo ich jetzt nicht weiß, oder zumindest fehlt, glaube ich, so das Titelblatt, wo man das dann fertig sieht. Aber anhand der Bilder bei AliExpress kommt ihr da weiter. Schauen wir uns mal ein Detail an, was mir der liebe Frank da geschickt hat. Denn diese Pinguine, um die ging es mir eigentlich, denn die sind Zucker, wie ich finde. Und die können irgendwo in der Elfenwelt oben dann den Nordpol symbolisieren. Auf den Bildern bei AliExpress sind diese Sterne eigentlich immer in Transclear und nicht in diesem Asur- oder Kriptisen-Stern. Aber es sieht so auch schön aus. Wie gesagt, ich finde die Pinguine einfach mega schön. Die sind einfach lustig und sehen sehr putzig aus. Und um die geht es. Wobei ich diese 1x2er auch sehr gut gebrauchen kann. Und das Ganze steht auf einer 16x16 Plate in Weiß. Die Teilequalität ist okay. Ihr seht hier an der so typischen Kina Bricks von genauen Abständen oder ähnliches ist da nicht viel zu sehen. Aber farbtreu ist es sogar einiger. Es ist weiß und sie halten tatsächlich gut zueinander. Also gute Klemmkraft, überhaupt kein Problem. Aber man sieht hier halt einfach, dass man es mit typischen China Ware zu tun hat bei diesem Mock. Und ich finde es putzig. Ob das jetzt 12 Euro wert ist, wenn man die Pinguine braucht, ja. Ansonsten, naja, wobei mit der 16x16 Platte und so weiter, das passt schon. Wenn man so, da gibt es noch ein anderes Set mit einer kleinen Gletscher oder mit einem kleinen Eisberg, wo ein paar Pinguine drauf sitzen in der gleichen Preisklasse. Vielen lieben Dank, Frank. Und die Pinguine werden auf jeden Fall in die Welt einziehen. Und die Steine werden sicherlich auch irgendwo mit da reinkommen. Vielen lieben Dank. Das war mal das Erste. Dann habe ich mir bei der Klemmbausteinwelt.de, da habe ich Steine bestellt. Und damit ich, damit ich, na, kostenloses Porto bekommen, habe ich noch eine Kutsche mit bestellt. Die sieht so aus. Und zwar ist es der Pferdefuhrwagen, Pferdefuhrwerk-Marktwagen aus der Reihe, keine Ahnung. Sind halt einfach auch irgendwelche Mocks. Ich weiß auch nicht, ob es die exklusiv bei der Klemmbausteinwelt gibt oder eben nicht. Es ist auch nicht mehr das Original-Set, was ich hier euch zeige, sondern ich habe das schon umgebaut, weil normalerweise ist es zu breit für meine kleinen Wege auf dem Diorama. Deswegen habe ich es auf eine kleinere Plate gebaut. Und das Set hat die Nummer 0847 bei der Klemmbausteinwelt, hat 63 Teile und ein Pferd. Die Minifigur, die hier drauf sitzt, ist aus dem Lego-Store. Wann es erschienen ist, keine Ahnung, Listenpreis oder der Preis bei Klemmbausteinwelt liegt irgendwo, nicht irgendwo, sondern liegt bei 6,35 Euro und das sind ungefähr 10 Cent je Teil. Das ist nicht wenig. Allerdings sind da bedruckte Steine mit drin und es ist ein Pferd mit dabei. Im Ganzen sieht das dann so aus. Wie gesagt, die Figur gehört nicht dazu. Ich zeige es euch eigentlich in der Anleitung, weil da seht ihr, wie es eigentlich gehört. So sieht dieses Set eigentlich aus. Hier haben wir ein schön bedrucktes Schild. Und es ist halt, wie gesagt, in dem Fall ein bisschen breiter als bei mir. Ich habe das dann umgebaut. Und es ist einfach ein schönes, kleines, schöne kleine Kutsche. Ich brauchte sie kleiner und brauchte auch jemand, der da drauf sitzt. Hier, das ist das, was ich draus gebaut habe mit den Teilen. Ein paar sind, glaube ich, auch übrig geblieben. Ein Pferd ist super. Die Figur ist auch eine, die ist in letzter Zeit im Lego Store einfach bei denen. Da gibt es ja immer so unterschiedliche Figuren, die man sich da raussuchen kann. Da kommt die her. Und der, finde ich, macht sich ganz gut. Und genau. Dann habe ich noch, ich zeige euch jetzt lauter so kleinen Gedöns, was ich gebaut habe. Also, ich habe einige dieser Bäume gebaut und leider sind diese weißen Dinger in Deutschland gerade von den chinesischen Herstellern überhaupt überall. Also, ich habe noch keinen gefunden, wo es die Packs gibt. Bei Klemmbausteine Welt habe ich die letzte Packung noch ergattert. Ich habe jetzt viele von diesen braunen Dingern, aber wenig von denen. Das sind total reduzierte Dinger. Und ich muss auf jeden Fall noch einige von diesen weißen bestellen. Das hat auch schon jemand ganz lieb im Kommentar unten geschrieben. Bestell gleich viel mehr davon, denn die gehen weg wie warme Semmeln. Bei Lego sind die richtig, also Lego bei Rebrickville oder bei Bricklink sind die, nicht bei Rebrickville, sondern bei Bricklink, sind die teilweise richtig teuer. Da kostet dann einer irgendwie 40 Cent. Von den großen auch fast 93 Cent. Bei der Klemmbaustein Welt gibt es irgendwie, na. Ja, da gibt es 40 Stück, glaube ich, für 3 Euro oder so. Und bei der Klemme in Wien gibt es die auch. Und der Markus hat die auch noch. Und wahrscheinlich muss ich da zwei bestellen. Aber es kostet mich natürlich das Doppel, also das Porto von Deutschland nach Österreich, obwohl es eigentlich gar nicht so viele Kilometer sind, ist einfach absurd teuer. Deswegen muss ich jetzt mal noch gucken, was für ein Sättich bei Markus mitbestellen, damit sich das irgendwie lohnt. Aber brauche doch so Dinger. Ganz viele. Da sag mal, dann habe ich mich, habe ich ja gesagt, irgendwo in die hintere Ecke da zwischen die zwei Häuser muss ein kleines Igloo und eine Schneeballschlacht oder so. Also ich habe mich da inspirieren lassen von dem Igloo, das bei dem Winter Village Cottage von Lego dabei ist. Das ist die 10-22-9 von 2012. Und da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen, habe mir so ein Igloo gebaut. Die Teile sind innen teilweise bedruckt. Und haben teilweise Sticker, weil ich sie einfach bei Rebrickable zusammengeklickt habe. Und dann die weißen Paneelen da einfach, oder die weißen einmal, zwei, hoch, zwei. Die hatten fast alle Sticker, das hatte ich irgendwie nicht gesehen, habe da auch schon ein paar abgerissen. Genau, ganz banales Ding. Hier kann man den Deckel auch abnehmen. Und hier seht ihr, was ich meine mit den Stickern. Und ja, das wird seinen Platz finden. Im Originalbauplan ist dann hier noch so ein Kamin, den habe ich mir gespart, weil es ist ja jetzt kein Wohnen, sondern ein Spiel-Igloo. Genau. Und dann brauchen wir, ich ja noch, einen Christkindlesmarkt oder Weihnachtsmarkt, auch wenn es dieses Jahr keinen gibt. Bei mir gibt es schon einen. Und da habe ich schon mal ein paar solche Dinger gebaut. Die zeige ich euch jetzt mal. Ja, wir fangen an mit The Candyman. Genau, das wird ein Stand, wo es jede Menge Essen gibt. Die Figur ist auch eine aus dem Lego-Store. Vollgepackt mit Süßigkeiten, kandierten Äpfeln und was zu trinken gibt es da auch noch. Die Dinger sind Restyle gebaut. Gibt es ja genug, wo man sich ein bisschen inspirieren lassen kann. Oder wo man einfach, ja, Grundstand ist ja jetzt keine Kunst. Und die größte Schönheit ist ja auch nicht. Ich habe da oben jetzt immer Grüne drauf. Ich bin am Schluss überlegen, wenn ich noch mehr Weiße habe, dass ich dann noch mehr Weiß drüber nehme. Oder zumindest mit Reinwische. Aber meine Theorie ist, dass es da unten ja warm rauskommt und deswegen oben schmilzt. Und deswegen ist es einfach Zierde. Brezeln gibt es auch. Brezeln. Und genau, das ist der erste Stand, bei dem es Süßigkeiten und Essen gibt. Dann habe ich hier einen Suppenstand, in dem Hermine Suppen verkauft. Kann man jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Da sitzt Hermine drin. Ein bisschen so im Tollwut hier in München. Da gibt es immer Stände, die sehr abgefahren aussehen. Ich glaube, das ist jetzt nicht der Standard in einem Weihnachtsmarkt, dass die so aussehen. Bei mir sehen die eben so aus. Der ist hinten total leer und das Licht will gerade nicht so richtig rein. Aber ich finde, Hermine passt da gut rein zum Verkauf. Und ja, der ist ein bisschen spaciger. Und damit sie hinten noch Suppe hat, habe ich den Stand so klein gebaut. Die Suppe kommt dann hier hinten aus den Suppentassen und den Töpfen. Das wird dann irgendwie einfach so dahinter gebaut. Wie sie dann wieder rauskommt, wird auch egal. Das war das. Dann habe ich einen sehr großen Stand gebaut, der so in die Mitte kommen wird. Jetzt hier oben liegt gerade noch Lose drauf. Bin aber am Überlegen, ob ich das so ein bisschen hier draufklemme. Ich komme ein bisschen näher, dann seht ihr auch was. Und das ist jetzt im Prinzip ein Stand, der vollgepackt ist. Eigentlich sind es mehrere Stände. Bei dem ersten hier gibt es lauter so Goldzeug. Da habe ich halt alles was. Da habe ich so ein paar extra Packs bei Lego im Store mitgenommen. Und aus dem Weihnachts-Adventskalender ein paar Seile rausgeholt. In der Mitte haben wir auch lauter so. Was es halt auf so Weihnachtsmärkten gibt, ist es ja nicht meistens so, dass man da die wichtigsten... Da gibt es auch viele Dinge, die die Welt nicht braucht und trotzdem Spaß machen. Und als letztes haben wir hier noch einen kleinen Stand, der viele Kerzen verkauft. Da muss ich mal noch gucken. Hat jemand eine Idee, was man hier reinstecken könnte, damit es einfach ein Docht ist? Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Denn Flammen muss ich noch ein paar bestellen. Aber die können ja eigentlich nicht alle brennen. Das sind ja eigentlich neue Kerzen. Falls jemand eine Idee hat, was ich da oben reinstecken kann, damit es aussieht wie ein Docht. Gerne unten in den Kommentaren. Ich freue mich. Und natürlich gibt es auch mal noch ein Nikolaus-Bad und eine Laterne und eine Kristallkugel. Genau, hier ist einfach jede Menge Gedöns drin. Und das hier soll so ein bisschen der Zuckerstangen-Stil sein. Ah, wie gesagt, jetzt keine Kunst, einfach viel reingeballert. So, das war der Stand. Und dann, was es auf jedem Weihnachtsmarkt auf jeden Fall braucht, sind das Feuerzangenbohle. Und hier haben wir Orst, den Waldbewohner, auch aus dem Lego-Store. Oder den. Das ist eigentlich eine schöne Figur mit dem dreifach oder zweifach gemoldet. Und dann auch noch Druck drauf. Ist echt für so eine Lego-Store-Figur ziemlich cool. Da gibt es ja manchmal Kombinationen, die man jetzt nicht überall findet. Und ich finde, der passt perfekt in diesen Feuerzangenbohlen-Stand. Da ist hinten auch nicht viel drin, außer zwei Pötte. Und neben dem Ding werden noch ein paar Pässe stehen, wo die Feuerzangenbohle dann auch drin ist. Und ein paar Tassen. That's it. Und ja, Stände braucht da der Weihnachtsmarkt. Einer, glaube ich, fehlt mir jetzt noch. Aber da reden wir dann zusammen drüber, was da Sinn macht. Weil das ist so die vordere Ecke. Und dann brauche ich noch ein paar Tische für die Feuerzangenbohle und für den Essensstand. Hat jemand noch eine Frage? Gibt es einen besseren Tipp, wie man in solche Becher ein nächstes Stockwerk mit Becher macht? Ich habe das jetzt einfach mit so blauen Pins gemacht, damit es irgendwie aussieht, dass würden die übereinander stehen. Ich habe da eigentlich jetzt keine Lust, ein großes Regal zu bauen. Aber es gibt meines Wissens keine Kombination, die man da reinnehmen kann, damit das andere fest ist. Oder es wird einfach so reingelegt. Wer eine Idee dazu hat, gerne unten reinschreiben. Ja, wie findet ihr meinen Kleingedöns? Damit es auch einen Cliffhanger in der Sache gibt. Bei der nächsten Folge schauen wir uns dann an, wie sich das Ganze auf im Diorama macht. Das war jetzt einfach mal so ein Überblick, was so an Kleingedöns nebenbei gebaut wurde, damit es in die Bude auch Leben kommt. Und ich glaube, das war es jetzt auch schon für diesen Teil. Im nächsten gibt es dann wieder ein bisschen mehr Detailaufnahmen. Ich muss aber mal noch gucken. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr. Irgendjemand hat noch geschrieben. Es hätte ihn interessiert, wie dieses Not-on-top-Bereich da vorne gebaut ist. Der ist sehr banal, aber das kann ich euch bei einer der nächsten Folgen auch mal noch zeigen. Und das war es für heute. Das war der Donnergur. Gleich freue ich mich über Kommentare zu meinen tollen Weihnachtsständen. Was fehlt noch? Oder einen Stand brauche ich ja noch. Das wird eher so ein Eckstand. Was muss unbedingt noch auf einen Weihnachtsmarkt, was hier noch nicht abgebildet ist? Gedönse haben wir. Feuerzangenbowle haben wir. Ganz viele Candys und Essen haben wir. Suppe haben wir. Was fehlt noch? Gerne unten reinschreiben. Das war der Donnergurgler für heute. Klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.